hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge das ist nicht chinesisch oder asiatisch ich weiß was ich mir morgen mitnehmen könnte die fischten und bitte ohne weil die wesentliche auch gerade gradios ist ich dachte die folge und schiffen das ist auch geil aber egal jetzt habe ich ja ich habe den lieben sind nur verlaut ich habe schon was gebeten soll ihr eine auto du bist das ist ja auch mal gott das ist ihre spitzhack auf die bilder Ich hab die hier so gefüllt, das Ding ist so gefüllt. Ey, mein deutsch war auch immer besser. Ähm, dann kann ich ihn nämlich reinhauen und dann kann ich ihn wieder losgehen. Der ist nicht mehr lang, warte mal. Da haben wir doch noch Apple. Ich guck hier unten rein. Warte mal. Nimm mal recht hier raus. Grill? Ja, ja, ja. Schau. Ich hab die Gold, ich hab die Gold. Gold. Ich hab die Gold. Ich hab die Gold, die die Hände, ne? Ich hab die geäußert. Ich hab die die Hände. Die die Hände, die die Hände. Warum schwer, wenn es so einfach geht, ne? Warum einfach, wenn es so stark geht, ne? Ich brauche ein und nicht viel. Ey, der nicht mal vermelden, der versteht. Wie gibt der gerade so ultimative Sprecher? Wir lassen uns selber. Was? Dann lassen wir mal selber. Dann muss ich nur hier bloß machen. Mach mich nicht. Mein Rhythmus steht in Ruhe. Da habe ich mal bis nur eins und Katzen schreit. So, da gibt es da nicht mehr besonders. Ähm, was soll ich denn jetzt alles machen? Hoffen wir, dass du ein Recher drauf bekommst. Ja gut, okay, du kriegst ja noch ein bisschen gut. Ich habe noch ein Recher drauf. Ja gut, ich habe noch ein Recher drauf. Ja gut. Ja gut. Ja gut, ich habe noch ein Recher drauf. Ich habe noch ein Recher drauf. Okay, ich habe noch eine Recher drauf. was meine spiel ist bis zu spiel von und das wollte leider youtube nicht wissen ja so einfach wollte es auch mal ähm halt den schein kommt es nicht ganz im letzten Das war es auf mich. Klettend. War das? Er wurde im Kopf子. Er wurde in den Kopf. Er wurde in den Kopf gehör. Er wurde in den Kopf gehalten. Er wurde in die Kopf gehalten. Er wurde in die Kopf gehalten. Ja, wie geht's? Äh, letztens küsst du jetzt Haus. Ich will doch gleich nicht mehr. Ah, du kommst noch was raus und ich hab noch auf die Bühne. Okay? Wenn du da oben bist, bitte zurück vor allem. Ja, ich muss auch mal hier oben. Guck mal. Guck mal. Ich binimum. Ja, du kommst ja. Ich bin jetzt mit dir unterwegs. Ich bin jetzt mit dir. Ich bin jetzt mit dir. Ich bin echt mit dir. Ich bin jetzt mit dir. Ich bin jetzt mit dir. Aufmerksam. Aufmerksam! 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 Gefeuert! Wir sind auch so weiter mit den Katz. Wir sind auch so weiter mit den Katz. Also wir melden uns nach einer kurzen Pause wieder. Den Akulat hatten das Bessere zu tun vorzeitig. Also so wir sehen uns gerade wieder. Und dann kommen wir wieder zurück auf unsere kurzen Pausebefestung. Vergesst nicht, nur das Brett ist das Wahre. Wir donnern jetzt aus der Zeit. Das ist natürlich die Stapel. Das ist die Stapel. Das ist wahrscheinlich eine Mega-Itschicht-Einfolie. Was war das denn so? Oh, bevor ich die Katze habe. Ja, ohne mein Wissen. Ja, es ist doch bloß das Tanschen. Bis dahin, wo wir es wollen. Ja, es ist ja gut. 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 Ich habe einen Abgang. Das geht irgendwo schnell. Ja, es ist ja gut. Und dann schafft man nicht mal einen Aufgang zu finden. Mit dem Kind schon mal einen Abgang. So was haben wir blühen, dann haben wir später Zeit. Oder? Ja, es geht einfach nur darum, dass wir das Kind natürlich brauchen. Ja, es ist ja gut. Ja. Aber ich möchte dann aber auch niemals auf die Lachen. Ja. 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 N Ende , Tja. JOK. Meine Fresse. Ich sollte vielleicht vermeiden, zu verrechen, wa... Joa, wer anderen mal was? Warum? Ukeln. Ich habe aber keine spezielle Sachen wie Heal und Heal den Spieler, aber ich will das verhindern, bevor wir erhänden. Ach, nö. Na, meine Freunde. Ich würde sagen, dass du mir eine Wackel zünden wachst. Ich würde sagen, dass du mir eine Wackel zünden wachst. Ich würde sagen, dass du mir eine Wackel zünden wachst. Ich würde sagen, dass du mir eine Wackel zünden wachst. Ich würde sagen, dass du mir eine Wackel zünden wachst. Oh ja, jetzt wünsche ich mal kurz, dass ich mir das richtig brauche. Ich würde sagen, dass du mir eine Wackel zünden wachst. Doch, aber ich bin jetzt gerade ruhig ins Bett weggekriegen. Das ist nun eine Scheiß-Tachener-Kopien. Ich habe aber eine Verrückung. Eine Hälfte gereicht. Du weißt doch, ich leide unter dieses bekannte Dynamic Life-Zertrom. Nö. Der blận ist ja ein Kabel, ne. Kabel ist ja ein Tachemagel. Ich glaube, wie geht es da heute? Und sie ist ja auch schon gesperrt. Aber sie ist alles klar. Die ist natürlich ein Kabel. Was ist denn so? Thunder. Bleibt ja auch hier. Hat er auch schon gesagt? Das Korbstrauch. Ich wollte doch eigentlich nicht sagen. Ich stehe nur aus dem Kontext genüssen. Nur das ist nur eine Tech. Ja, das ist das. Ja, bloß eine Tech. Ach so, ich dachte, ich stehe da nicht einfach. Du gehst jetzt hier zum nächsten... Also hier anfängt nichts. Ich weiß zumindest das, was da unten sich befindet. Ist das, wo wir hinwohnen. Wollen wir keinen Fasersprung machen? Ja. Ja. Ja, auch wenn wir nicht sagen, Ich möchte die Tanks später bauen, ne? Also diese Herzkanister auch, ne? Ich sag dir jetzt eins. Wenn du so eins siehst, nimm mit. In Not kann dir mal das echten Arsch retten. Weißt du? Ja. 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 Uff få. So ein guter Kaffee und das ist kein Wohlführend. So, dass ich da nicht mehr so verstanden habe, das ist ein Wohlführend. Sobald man beim Böderleutern dasselbe Kaffee auf dem Böderleutern das ist, dasselbe Kaffee mit dem Böderleutern und dem Böderleutern der Böderleutern schraubt Die Kaffee sind die Böderleutern und die Böderleutern und die Böderleutern Das wäre gleich besser, wenn ich das schichtweise weg mache, weil das ist auch riesig lange. Ich komme jetzt hier und bitte zu weitern, ich komme zu weitern. Nein, das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Ich weiß nicht. oh da das ist okay das ist okay ich bin ja ein riesiger fan von dieser mutter wenn man die vom wegkommt, ist es auch scheiße, oder? du hast ja vertreten Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 die Fass wieder also die Fassel die Fassel die Fassel ja 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 ich ja ja so also scheiße das ist so sein das luden wir dann angreifen anschließen wenn wir hier durchsehen damit das ausblieben dann haben sie es aber einfach wenn wir das Geld gleich drüber oder wir werden in der Insel veröffentlichten schönes Haus, so zwei Türen hat es gereist, bloß die Rest nicht ich glaube, wo in mir sind sie los? und ich bin nur noch irgendwie über ich glaube, eher dahinter ja, wir wollen nicht mehr, ne? ja, ich hab ihn kapiert jetzt sind wir schon zu weit, wir müssen auf dieser Etage bleiben ja, den machen wir dann zum Schluss ich will den einfach nur vorne finden hier ist aber auch das vorne, ich hab ihn oh Gott ich werde aber die Begleggesäge ich werde aber die Begleggesäge und, ich werde das auf die Begleggesäge die Begleggesäge und, ich werde das auf der Anfeind 0-2-3-0-1-0-1-0-1-0-2-0-1-0-1-0-1-0-1-0-2-0-1-0-1-0-1-0-1-0-2-1-0-1-0-1 Das ist gut. Das ist gut, oder? Das ist gut. So, ich hab jetzt 16 und 1 in der Ball ab. Dann reicht's erstmal, jetzt können wir doch nicht gleich die übergehen. Ja, aber das unterste kann man ja auch feier fallen, oder? Ich hätte es jetzt gleich noch zum heutigen Abkurs der Folge. Ja. 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 Jetzt haben wir noch nicht mal das ganze Dungeon gemacht, ne? Haben wir noch einen Teil davon noch erledigt. Ja. 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 das ist die andere Seite das ist die andere Seite richtig, klären nur mal das, oder? das was wir haben wollten, haben wir diese Art, oder? das ist schon richtig, oder? ... ... ... ... ... ... ... Das war's. Oh, das ist so schön. Ja, das haben wir noch einmal. Ja, wir wollen hier mal nicht. Hast du nicht ja das Licht? Ja. Guck mal, dass ich hier da oben bin. Ich finde, das ist noch nicht so. Das ist noch nicht so schön. Das ist noch nicht so schön. Das ist noch nicht so schön. Much đây. Ich habe noch hier noch zuhauseadora gehört, weil ich da oben dran look. Da guck ich doch nicht hin, du Arsch! Da ist mir mein Blog geklaut! Äh, nein! Der ist einfach bald! Scheiße! 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 Ich weiß nicht, ich hab's noch im Haken! Ich muss jetzt hier und mich hin, ich hab's noch nicht gemacht. Ich hab's noch nicht gesagt, ich hab's noch nicht gesagt. Nääää Ich hoffe jetzt die Schokolade Ich hoffe ja mal Kohlpechie, ich hoffe ja nicht Na Turst Feindel Wasser zu? Nein Nein, ich meine das Loch passt ja da gerade nicht vor Und dann So So, da befinden wir uns schon im End Und wenn wir genau wissen, was man sucht, geht das ziemlich schnell und nicht von der Hand Und das ist wichtig, dass wir hier in den nächsten Mal können Und das ist wichtig, dass wir hier in den nächsten Mal Oh ja, ich bin frei. So, aber umständlich, ne? Die Leute haben sich geimpft. Ja, ja. Jetzt sind wir hier lang, da müssen wir jetzt mal durchfängen. Das ist Bono, oder? Echt? Ich war doch schlimm, dafür bin ich ja da. Wo sind die alle hin? Moral, woher ich keine aufhören? Ruh. 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 Wir werden es gelassen, dann sind wir noch ein Glatzen. Das hat mir viel hiebe. Die hiebe noch nicht. Ja, aber ich habe noch mal zu, dass die hiebe noch. Vorher ist die, ähm... Die hiebe noch nicht. 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 Der oriental ist zu, aber es ist zu. Warte, Marco! Das ist immer noch eine hier. Kommt mal bei Extrem Chili rein. Endraum. Das ist ohne OP. 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 Die wurde zweit mal gerappt. Achtung. Die sind schon kaputt. Das hat uns eine geile verzauberte Dia gehabt. Was weiß ich? Nein? Nein. Ich habe gerade noch... Sieht noch Fakkeln hier. Ist doch echt scheiße. Gut, dann haben wir den Endraum brauchen. So. So, aber ein Raum haben wir noch. Das siehst du, wenn du am Beginn wirst, da hast du hier noch all den Jungen da nichts mehr Ich kann ihn eigentlich machen, dass die Blöcke von Böcke nicht mehr machen. Das ist wirklich ein Wunderbar ist. Das ist ein Wunderbar ist. Das ist ein Wunderbar ist. Ja, das ist ein Wunderbar ist. Nein, das ist ein Wunderbar ist. wo er noch einmal geradet ab Kannst du keine Ruhe oder wie das? Moment. Wo war denn der Endraum? Du hattest auch schon mit 2 Wetter veröffentlicht. Oh nein. Keine Ahnung, was das ist. So. Und damit hier im Endraum von diesem schicken Dungeon beende ich unsere XXL Folge. Achso, die ist auch nicht viel länger als die anderen Folgen. Ähm. Ja, ich hoffe es hat gefallen. Und dann? Bis später. Genau. Bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 Ciao.